Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play... äh, zurück zu Let's Play Schimmengen mit Tanzinterviews war. Verdammt mich, was ich mit SMT abkürzen. Mh, shit, egal. Ähm, ja, wir haben mit dem Kampf beendet, yay, jetzt komm mit der Geschichte weitergehen. Ja, okay. Hm, so Kampf zu Ende, yay. Okay, die Demons sind alle weg. Hm, ihr seid ja gar nicht so schlecht. Äh, hm. Ja, zuallerletzt wusstest ihr wenigstens, dass ihr aus meinem Weg rausgehen solltet. Hey, 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 da verschwindet er einfach. Sieht so aus, als ob wir alte Dämonen besiegt haben für jetzt. Aber was war das alles? Äh, wenn ihr alle bald sterben, was wird passieren? Ich hab grad eben, äh, ich hab dieses Mal, ja, Vorsicht zugehört, sie haben Wälder gesagt, ich bin mir sicher. Äh, sie haben gesagt, ja, hat es, ja, unsterblich gesagt. Unsterblich? Äh, 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 das ist der Mien. Meint es, dass es nicht sterben kann? Hier ist kein, hier ist kein Weg, äh, hier ist kein Weg, dass wir gewinnen können, wenn der Typ auftaucht. Verdammt! Sie haben gesagt, Wälders, äh, Wiederbelebung kommt bald. Das würde erklären, warum, äh, warum wir nur noch einen Tag zu leben haben. Äh, warum, äh, warum, warum muss es zu dieser, äh, Conclusion, zu diesem Ergebnis springen? Äh, mein Gott. Es ist nicht so, als ob wir jetzt entschieden haben und wir gegen das Ding da kämpfen. Ja, unser Schicksal ist noch nicht entschieden. Trotzdem, wir können dem Lockdown nicht verschwinden. Und diese Dämonen, dieser Dämonenkönig wird wiederbeleben. Wiederbelebt. Äh, wir laufen in Dämonen einfach nur, als wir, äh, ja, wenn wir den, wir laufen schon Dämonen, sogar, wenn wir einfach nur den Weg entlang laufen. So wie es ist. Verdammt! Äh, ja. Ja, das war von Yuzu, glaub ich. Ich weiß nicht, also wir können nicht garantieren, dass wir, äh, es, ja, ihm, dem ausweichen können. Äh, äh, ja, es ist, müssen wir versuchen rauszukommen. Richtig, komm schon, wir müssen uns bei allen einen Weg aus der Stadt rausfinden. Ich meine, sie haben gesagt, dass das Ding unsterblich ist, richtig? Es kann nicht sterben. Es wird uns töten. Ähm, können wir jetzt nicht den Self-Defense-Force, den Self-Defense-Force-Leuten erzählen, über die Dämonen und sie dazu überreden, uns durchzulassen? Joho, beruhig dich für eine Sekunde. Äh, desto mehr wir, ja, wirkt ab, halt, dran arbeiten, desto harder wird es für uns, einen Weg zu finden. Einen Weg zu finden, damit, äh, klar zu kommen. Richtig, ja, tut mir leid. Auf jeden Fall, lass uns, lass uns den Namen Wälder, äh, ja, erinnern. Und wir müssen, äh, wir müssen weiterhin versuchen zu verschwinden. Wenn wir das tun, wird es einfach sein für uns, äh, wird es einfach, wird es für uns einfach sein, daraus zu lernen, wenn die, wenn der Zeitpunkt kommt. Ja, das sehnet mich. Kaido und Honda haben einen, haben auch einen Komp benutzt. Richtig. Ja, äh, äh, ähm, mein Gott. Ja, soll ich vielleicht mal auch daran denken, das zu übersetzen? Ähm, ja, tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen langsam. Sie haben sie einfach gehört, aber es sah so aus, als ob sie daran gewöhnt sind, zu kämpfen. Äh, es sah so aus, ob sie Maka gesammelt haben, aber... Äh, aber was werden sie damit tun? Die Auktion. Das ist sicher. Das ist es, sie planen, äh, starke Dämonen der Auktion zu kaufen, aber warum eigentlich? Nur um zu überleben? Äh, auf jeden Fall, was es ist, wir sollten, äh, wir sollen ein Auge auf sie werfen. Wir sollen auch ein Auge auf sie werfen. Bäh! Also, wir müssen erstmal, wir müssen ein Weg hier rausfinden. Boah, okay. Eine Auktion müssen wir, ne, neue Dämonen. Wettner, Lilim, Wettner, Wettner, nein, Jack Frost und Makara. Und Lilim. Okay. Jack Frost mit Level 14, okay. Und 32, 126. Die sind beide Level 14? Aber der eine ist besser wie der andere. Wie kommt das bitte? Also, ja, okay, die Sterne da hinten. So, ich kaufe mir dann diesen Jack Frost hier. Äh, ja, für 345. Für 345. Perfekt. Ja, Jack Frost und Makara kaufe ich auch noch. So, dann schaue ich gleich mal, äh, Lilim, soll ich mich schon mal Lilim kaufen? Ah, ne, Lilim lasse ich lieber noch drin. Okay, als erstes speichere ich hier. Okay, gespeichert. Schauen wir mal Fusion. Hey, man, hey, man, äh. Mein Gott. Okay, mit Gagizon. Was kommt rein? Divine Angel. Ah, es kommt ein Engel raus auf Level 14. Hm, okay. So, mit Jacky. Tlaloc. Yay, Tlaloc. Okay. Und Ogre. Ah, ich bin für Tlaloc. Soll ich mir Tlaloc holen? Ja, ich hol mir einfach mal Tlaloc. Firedance. Woofoo. Antivore. Mana Bonus. Raise die. Die for Leader. Ja, Ritterseele. Perfekt. Sonst nix, nur schade. Okay, wenn wir das. Ich hab hier mal so gerade durchgelesen, was sie da irgendwo gesagt haben. Und so, und naja, wie es aussieht, hat es das eine Fiedern. Äh, I am Genmatlaloc. Fire, fire, fire. Ja, Feuer, Feuer, Feuer. Äh, alles brennt. Feuer frei. Nein. Das ist woanders. Das sind 16er. Da, 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 da. Mit Wilder, Weyra. Gozuki. Yeah. Den kennen wir doch. Äh, nein. Kennt sich, yes. Weil wir können auch noch mit Snakes erwähnen kommen. Element Aquans. Okay. Ice Dance, kann er. Hm. Okay. Äh, da fischen zwei aus meinen Reihen. Nein, einer. Äh. Boah. Berserk. Towns and Deer. Hom. Hm, hm, hm. Deer. Hero Age. Life Bonus. Ja. Fusionieren wir. Äh. Äh. Wieso? Soll ich nicht. Ja. Pfff. Äh. Ah, okay. Oh, es ist schon längst Abend. Es ist schon längst Essenszeit. Was? Du fusionierst mich? Oh, ich werde wieder jung. Ja, das war da gerade der Spruch von Weyra. Das ist genial gewesen. Schnorr. Okay. Äh. Wo would you like more Ox or Horse? Äh. Ja, okay. Wen mag ich mehr? Ein Ochsen oder ein Pferd? Auf jeden Fall ist er stärker. Das war auch genial. Also, da wäre es jetzt auch nur so. Dann wäre es so. Was würde dann hier rauskommen? Auch nochmal das. Okay. Tozuki. Das würde Garm rauskommen. Da würde Bilvis rauskommen. Okay. Also, eigentlich nix gräscher Reiz. Lili. Das Tv. Okay. Das war's glaube ich mit der Fusion bis jetzt. Schau mir doch mal in mein Team. Klallok. Genial, ey. Jetzt stellen wir mal da hin. Gagison, Faiadance, Bufu. Stellen wir mal statt Gagison hin. See you angels und Gagison stellen wir statt Drangtobio hin. Weil, hm, das ist ja nicht so, als ob der jetzt irgendwie nicht gut wäre. Haben wir irgendwie Mails oder so? Nein, haben wir nicht. Okay, schau ich mal. Also, ein Schiebepack wäre was. Hier können wir mit Honda reden. Ja, okay. Zeit habe ich noch. Bitte, haben Sie ein Herz? Die Antwort ist nein. Ich kann dich nicht hier durchlassen. Es ist voller giftigem Gas. Ja, Giftgas, meine ich. Ja. Es ist alles voller Giftgas. Hast du einen Todeswunsch? Mir ist es egal, was mir passiert. Äh, mein Sohn. Er hat eine Operation. Ich flehe sie an. Äh. Meine Aufgabe ist es, niemanden durchzulassen. Ganz egal, aus welchem Grund. Äh. Hm. Schau. Nur so zwischen dir und mir. Wir, es wurde uns erlaubt, tödliche, äh, ja. Ja. Tödliche Gewehre, blablabla, blablabla. Ja. Einzusetzen. Verstanden. Tödliche. Tödliche Gewehre, so schau, ähm, so schau und, ja, gib schon endlich auf. Ich hab einen Job zu erledigen. Verdammt. Hey, das ist Honda, ist es nicht? Sieht so aus, als ob er, äh, versucht hat, an den Waren vorbei zu laufen, um ihn zu argumentieren. Äh, sie haben das Giftgas, die Giftgaslinie an ihm ausprobiert. Äh, aber es ist wirklich, weil er ein Thema, weil er auch ein Thema ist. Äh, Honda weiß wahrscheinlich schon, dass der Lackdorm nicht durch irgendein Gas verursacht ist. Hey, hier kommt er. Oh, hallo hier. Ich bin glücklich, dass wir alle, äh, dass wir alle vor einem Moment da weggekommen sind. Du hast auch einen Komp. Äh, ja, sie haben auch einen Komp eigentlich. Hm. Höflicher Reden. Äh, also haben wir nicht zu sehr, ja, worried, boah, gesorgt. Aber trotzdem, warum habt ihr zu uns gelogen? Ihr habt so getan, als ob ihr nichts über einen Komp, äh, wissen würdet, als wir uns getroffen haben. Oh. Bitte nehmt das nicht persönlich. Ich hab einen gefunden, nachdem ich euch getroffen hab. Ich hab nicht gedacht, dass es, äh, Man thing I'd work like that. Ähm, ja, ich hab nicht gedacht, dass ich so damit arbeiten werde. Allerdings. Es sah, äh, du, ihr sagt nicht so aus, als ob ihr irgendwelche Probleme damit hattet. Hm. Denkt ihr so? Äh, vielleicht hab ich auch einfach, hab ich auch einfach nur einen Knack für Dämon, äh, Dämon-Taming. Händchen. Ihr habt gerade eben mit dem, äh, Soldat einem, äh, argumentiert. Ihr wart, es war, es war euch nicht möglich durchzukommen. Äh, also habt ihr das, äh, habt ihr all das gesehen? Äh, es ist schade, dass er nicht durchkommt. Mein Sohn hat er dann ein paar Tagen in der Operation, aber, äh, aber ich werde nie an seiner Seite sein. Nö. Ja. Dein Sohn ist im Krankenhaus? Gute Sache, dass er nicht in der Dämon-Note-Linie ist. Keine Energie. Also, das stimmt, aber, ohne seine Familie mit ihm, bin ich mir sicher, dass er traurig ist. Nein, er ist traurig. Okay, ich mach lieber hier dann einen Cut. Ja, schade, mitten im Gespräch. Und, ja, wir sehen uns dann demnächst wieder, im nächsten Part. Also, auf Wiedersehen, Leute. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.